Die Startablage wird freigeben, 50 Sekunden bis zum Start, dann gehen wir auf 50 Sekunden und dann wird uns nicht auf die Weise gesiegt. Fünf Sekunden, da ist er voll und hier, ja, das war ein Zusammenstoß, der Start mit Nummer 10, der Junge mit Amianceta, aber es ist nichts passiert und hier unten stehen die Franzosen, einer der Top-Team stehen hier unten und sind auch noch zur Rave. Oh, 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 die 94, Kiel, Jan und Ellenbrunner haben hier ein Rissenproblem und sieben das Gespann von dem Start geht weg. Die Startablage wird jetzt hier wieder geschoben, ah, was für eine Scheiße, würde ich fast sagen, hätte ich jetzt was gesagt, habe ich gesagt, oder? Aber nichtsdestotrotz, müssen wir jetzt schauen, wie das hier weitergeht in Sachen Racing und hier kommt auch schon gleich die Spitze, weil wir zum ersten Mal vorbei. Und da sehen wir die zweite Kurve aufleuchten, die Startnummer 2, Marita Lohne kommt als erste hier durch, das macht. Die Start bringe ich Herrn O班, und da sehen wir ihn unter, nachdem ich komme von Start mit, wie das Leit 투 ander der Baute ist. Die Starteaten bereits sehen, wie es Zweitplatzierter 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 Zweit 2004 Zweit Tribus Zweitリemptive Zweit Nr. 82, Etienne Bax und unsere Czermak. Czermak und Bax mussten allerdings ein bisschen Gas geben, denn sie bekommen so langsam Besuch von der Stadt Nr. 3, nämlich von Köln-Hermann und Ben van den Burgert. Mit der Stadt Nr. 3, die den ersten Wettbewerb gewonnen haben. Fakt ist, es bleibt spannend. Die Spitze kommen wieder hier Richtung Kreppensprung. Mit der Amerikaner nicht Probleme bekommen. Ich weiß nicht, wie lange er diesen Druck aushalten kann. Die sind immer in einem Zackenschnitter wie vorne der Deutsche. Die fahren hier eine Rundzeit von 2.02, 2.06. Ja, der ist hier 2.02, 2.66. Aber das wird eng geworden, die Jungs, die aus Nr. 3 hinter sich zu halten. Das wird ein Anfänger dabei. Wir haben gerade mal jetzt den Rundes von den beiden Sekunden gefahren. Und vorne, Damm-Irmann-Lunde, Lindas Rüssen, 1,08 Sekunden vor. Erkennfahrt im Oberstwerber. Es wird ganz, ganz eng, aber Bax soll es auch nicht ganz sicher frei. Damm-Irmann-Lunde, in der 2.0-Range, in der 1.02, 3.0 Sekunden vor. Die kämpfen auch noch an ihrem Hinterracht. 2.30 Sekunden Rüssen. In Danach weiß es, was man bringt. Die Runde von Römer, Dinkmann, auch nicht drin passiert. Die Runde von Römer, Dinkmann, 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 Dinkmann. 2.30 Sekunden Rüssen, 4.00 Sekunden Rüssen, 3.10 Sekunden Rüssen. Und hier ist der sechste Rang für die 199. Zweit Werdungslauf dabei. So, wie schaut's aus? Ja, da hat sich vieles verändert. Nämlich der Einti Paxson, und der andere deutsche Maria, und der andere nämlich an Marvin Verlorene, und Nicolas Mousset. Also aktuell in der letzten Runde hat sich hier der Abstand deutlich verringert, tatsächlich. Aber auch der Abstand zwischen dem 2 und 3 platzierten zwischen der Stadt Nummer 82. Etienne Paxson mit Schirrmach und Jönermanns und die Speerfahrende Moura. Ja, und wir haben auch die Brümmer, die uns dann in den 10. Die Badys, die Badys vorbei, an der 17 Brümmer auf 5 gesetzt. Was für ein spannendes Rennen gerade. Run 7. Was ist die Uhr? Jetzt warten wir miteinander. Jetzt warten wir miteinander. Jetzt warten wir miteinander. Aber immer noch die besten Ausgangspositionen. Hande mal den Baden. Warte mal den Baden. Warte mal den Baden. Was für ein Ding hier. Und ist Bax vorbei? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Warte mal den Baden. Warte mal den Baden. Warte mal den Baden. Warte mal den Baden. Und Etienne kommt nicht vorbei. Er findet jetzt sozusagen keine Mittel da. Und er hat, er weiß natürlich, Es könnte einmal die ganze Dacke sitzen. Schau dir an, die drei. Der Spanne erweißen sich hier. In Straßbässe macht die Bergen auf. Warte mal den Baden. Der Raden. Der Raden. Der Raden. Der Raden. Und der Raden. Die Raden. Baut mal den Baden. Und der Raden mit dem Baden. Dock ein. Ja, aber du merkst jetzt auch Ecken und du. Ja! Ammern wird nicht vorbei. Ammern wird nicht vorbei. Untertitelung im Auftrag des ZDF Sollte die Abwechslung Die Spannungen sind in der normalen Reiter. Die stehen da oben im Rand. Die Riesenprobleme. Ja, und Etienne-Bachs und Ossich-Hermann haben jetzt immer größeres Vorsprung, tatsächlich stehen ja auf dem 2 Platz hier drin. Könnte Hermann zum Windparte Bogart, die sich jetzt aktuell mit der Stadt der Maske auf der 2. Position befindet. So, wenn er auf deine Frage nochmal zurückzukommen, zueinander. Etienne-Bachs ist kein Fahrfehler macht, dann fährt er sich das nach Hause. Aber, da kann ich mal wieder abgerechnet werden, erst nach der Schwarz-Maske-Rättenflage. Da kann man sehen, wie das hier passiert, zum Verhöhe bei den Verordnungen. Also, ist das noch nicht schon ganz genau sicher. Abgerechnet wird erst tatsächlich nach der Schwarz-Maske-Rättenflage. Ja, aber es sieht gut aus für Etienne-Bachs. Heute hier alles mögliche, von Wesselbach wegzusehen. Auch wenn sie eine leichte Hochzeile haben, würde dieser 2. Lauf besser gewähren werden. Und somit hätten wir schon gedacht, es würde hier vielleicht doch ein anderer werden. Aber Kön-Hermanns hat jetzt hier nichts mehr zuzusetzen erliegt. Jetzt wird sich auf die Lauf-Gericht eingefahren. Ja, da wird sich jetzt echt nicht aufhören, ich angst haben. Nach diesem Währungsglauben man schloss dann die Siegerung, die Weltmeisterschaft. So, wir gehen jetzt in die Gäste, zwei Runden rein, zwei, noch zwei Runden. Wir gehen jetzt hier für Erdgenwachsen und unser Gischermagen. Zwei Runden rennen Sie hier vom Erfolg. Das ist das, das zweite Runde war, so wie es war, eine andere Runde. Aber der ist in der Kanzler, der in der Kanzler, der in der Kanzler, der in der Kanzler, der in der Kanzler. Das war einader Freude sehen, da freut ihr mich beide. Es war ein absolut geiles Racing hier von Erdgenwachsen und Henri Schermagen. Ja, das war ein Interstar. Es war eine Freude sehen, da freut ihr mich beide. Es war ein absolut geiles Racing hier von Erdgenwachsen und Andre Schermagen. Ja, können aber das Feldband dem Hohgang und neben sich den zweiten Rang nehmen, das ist das, was wir wollen. Und ich glaube, ja, und etwa, aber der zweite Lauf, das ist nun mal so, in der, der, der hat nach, die höhere, das höhere Prädikat, die höhere Wehrung und somit, wird hier gleich Entenbachs und Ordnung, Scherbach, Sport, und auch ein Sieger, und da einfach ein Sieger. Ja, es war sehr schade, in der zweiten Lauf, Superstart, die Standard 2, in der Red Bay, Fahri 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 und Nicola Moulet. Aufschlärm. Aufschlärm. So, zwei Rang und geht hier an die Stadt Magnaari, auf Superstart, in der ersten Laufsdorf, der Herr Nahls und Ben Fahri 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 Fahri. Parrotieter.